hallo und herzlich willkommen hier auf vpnv simulation ich bin's der bier begrüße euch und freue mich dass du wieder entscheidest zu einer weiteren lotus folge schön dass du wieder dabei bist wir sind heute im multiplayer mal wieder unterwegs mit dabei der fasus und hobby ist dabei und zusammen zu dritt wollen wir uns hier heute mal das neue update in düsseldorf hier mal anschauen wird es ja jetzt vor einigen tagen erschienen ist natürlich mal wieder in abwesenheit meines tollen urlaubs dankeschön lotus dafür wir wollen uns heute mal den ki verkehr im multiplayer hier in düsseldorf anschauen von daher sagen wir mal einfach mal gut glück wir sind heute auf der linie 710 unterwegs von lörig nach düsseldorf hauptbahnhof und dementsprechend schließen wir die türen los geht's abfahrt was wir überraschen was das hier heute wird so dementsprechend wenn vorne ist laufen so na gut er sagt nö passt schon mal ja update weiß ich nicht es war irgendwie habe ich gelesen 1,2 gigabyte groß wird natürlich automatisch runtergeladen sobald natürlich düsseldorf besitzt selbstverständlich da braucht ihr euch keine sorgen machen es gab wohl zum staatlichen kleinen schwierigkeiten aber man hat sich da sehr schnell darum gekümmert hat jetzt eine lyriker straße geschildert weil wir zu früh geschildert haben wahrscheinlich so da fährt der hobby da hinten b80d unterwegs wundervoll genau fährt auf der linie 76 zieht der luster passt natürlich zum jahreszeitalter hier in düsseldorf fahren hier natürlich unsere enten rum unsere was 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 anderes das sind doch hier wie heißen die denn immer sind es hier nicht diese opels wie heißen die ich komme auf den namenlichen man da hier ist genau man da sie mal vor leute wir müssen leider warten am rote signal hier und wir müssen leider noch mal die route noch mal neu eintippen macht nix rute 42 noch mal die lyrik genau ach so das war es gewesen du musst den knopf drücken genau ich verstehe dann drücken wir mal push the button was ist denn jetzt los was hat er nicht so gemacht fahrs fahrs zieh 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 fahrs 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 Ja, neuen Content gab es wohl nicht. Also man hat die Strecke jetzt hier nicht erweitert. Also es war jetzt nicht hauptsächlich, hat man sich hier um die Performance gekümmert. Bugfixes waren wohl einige dabei gewesen und halt auch die KI, wie gesagt jetzt im Multiplayer. Davor war es ja nicht möglich, dass man hier mit der KI fahren konnte. Wie gesagt, das kam jetzt mit dem Update mit rein. Und ihr seht hier, das ist schon halt deutlich belebter. Ich glaube wirklich viel Fahrzeugauswahl gibt es jetzt hier nicht. Das sind jetzt halt Mercedes, wie gesagt der Manta, die Ente, glaube ich habe ich jetzt gesehen. Andere Fahrzeuge sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Aber ihr seht schon, es sieht schon schick aus, wenn sich hier auf ein bisschen was bewegt hier auf der Karte. Hat man dann schon angekündigt, wann so das neue Teilstück kommt? Ne, ne? Äh, ich glaube das, also zumindest das nächste Update, das nächste große Update sollte ein neues Teilstück Richtung, ähm, Ausrichtung, äh, Merbotspringen, glaube ich. Ja, also, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber, Geduld, Geduld. So. Ach, ich strecke immer dafür, dass es hier keine Anforderungen gibt. An den Ampeln. So war das genau. Ich erstmal wieder reinfummeln, ne? Ja, mit dem Ganzen, das ist, wir spielen echt wenig Lotus. Muss man mal lassen. Gut, aber es gibt auch nicht so viel Wagen. Gut, aber es gibt auch nicht auf der Karte. Das war's für heute. Aber ich bin immer noch der Meinung, der GT8 ist mit eines der schönsten Fahrzeuge. So, bremsen. Bisschen Fetze aufmachen, das ist ein bisschen steckig hier. Ich liebe dieses Spielzeug so, weißt du? Ja, ja, der Kollege aus der 76 steht noch vor mir. Ach ja. Warte mal, ich glaube, ich muss meinen Lotus ein bisschen leiser machen, weil man versteht dich leider überhaupt nicht. Oder du musst dort sprechen, eins vom Bein. Oh. Ach so. Genau. Da hatten wir uns ja mal ein paar Bilder mal so verglichen. Und man merkt halt schon einen deutlichen Unterschied zwischen den Grafikstilen, zwischen Omsi und Lotus. Müsste man eigentlich mal aus Höchst mal irgendwo hochladen. Und hier vor der Brücke, aus deiner Sicht, geht heutzutage nur voranstrengend Richtung am Seestern hoch. Die gab's damals allerdings nicht. So, ich werd mal ganz kurz mal gucken, dass ich hier den Ton mal kurz ein bisschen leiser kriege, wenn ich da natürlich hinkomme, heißt das. Lautstärke-Mixer. Hat sich Lotus? Ja, Lotus hat sich natürlich wieder lauter gemacht. Dementsprechend könnt ihr natürlich auch die anderen nicht verstehen. Muss ich nicht so schreien, ne? Jetzt musst du nicht so schreien, jetzt hört man dich auch klar und deutlich. Tut mir leid, dass er vielleicht jetzt am Anfang zu der Phase nicht so gehört hat. Also, nochmal, diese Brücke, die gibt's so auch in Omsi, aus dem Düsseldorf Addon Omsi 2 und dementsprechend sieht das halt, das sind Welten dazwischen, zwischen den beiden. Steven spielt übrigens Uno. Ha, hab ich auch grad gesehen. Oh, ja, viel zu schnell. Mähm. 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 sind sie schon sehr viele paar kinderautos mysteriös da ist der hobby da sehen wir mal hat man eigentlich schon wieder was von tram münchen gehört ja man hätte ja auch mal langsam aber vielleicht doch mal ein bisschen was machen können so meine ich kann verstehen ja dass der dass der ein oder andere vielleicht ein bisschen angepinkelt ist ja das kann man verstehen aber trotzdem haben sie ihr produkt verkauft und dementsprechend müssen sie auch ihr produkt weiter auf vordermann bringen schon schade kann man sagen schon schade weil die karte liegt jetzt einfach da und vegetiert da jetzt einfach so hin und so ein bisschen heftig wenn du dafür geld ausgegeben hast aber das hat der nachteil an early access kann man immer wieder nur betonen wenn ihr early access unterstützt geht immer der gefahr ein dass das produkt vielleicht nie fertig wird nie mit 20 ich bin ja schon dabei ja weil man muss ja auch mit einem doppelten fahren verstehst du ja aber wie gesagt also schön das funktioniert ursprünglich sollte er dieses update ja schon vor eine ganze weile kommen war das krii update nicht schon vor eine ganze weile mal angekündigt gewesen genau und da gab es dann irgendwie probleme dementsprechend für das weg jetzt auf dem falschen gleis erst da war keine andere wendemöglichkeit äh doch du musst noch mal rein fahren dann hast du diese eingleisigkeit da fährst du rein und fährst auf das andere gleis und dann fährst du auf den richtigen gleis wieder raus äh da hab ich kein eingleisig doch hier wo du gerade also der kollege vor mir pennt von dieser haltstelle erreichen sie warum ist das bei mir so unscharf die düsseldorfer altstadt innerhalb von acht minuten ja mit der tram ich verstehe nicht warum mein schritt so unscharf ist dann hast du deine option wieder mal zu niedrig ja man muss ja gucken wo es halt einfach am flüssigsten läuft das ist wohl wahr ist ja jedes mal immer eine neue tortur ja so jetzt steht natürlich hier mitten drauf hier auf der kreuzung nichts passiert kollege fährt nicht ich finde dieses fahrzeug so toll ja was heißt was das ist bestimmt du hast sie in der phase länger gestanden weil du gequatscht hast das haben meine ganze frage ist die verspätung mit dir jetzt kommt manfred wieder an und so hast du die fahre oder was ach ja du lebst dich damit das merkt man normalerweise müsste man man müsste sich einfach mal aus jux hinsetzen man müsste die ganzen stimmen rauskopieren und die denn hier einbauen und immer wenn irgendwer kacke fährt dann kommt der manfred an und so spricht der text Das Lotus-Forum wurde ja schon der Manfred 2.0 für Lotus vorgestellt. Also nicht offiziell, aber... Das ist ja schon vor Ewigkeiten, ne? Es gab mal ein Bild, ja. Ja, es gab mal ein Bild von Manfred. Obwohl das für alle Manfreds echt ein bisschen hart ist. Ja, mein Nachbar heißt auch Manfred und der ist jetzt ganz nicht so wie der Manfred. Ach ja, dein armen Nachbar. Ach, Manfred, du wieder, was willst du denn? Ah, fantastisch. Ist du ein Hobby jetzt weitergefahren oder wo ist er jetzt? Ja, Hobby ist jetzt hinter dir wieder. Hinter mir? Ja. Ja, aber Hobby hat sich verfahren und ist jetzt, äh, hat jetzt gewendet. Ja? Ich verstehe. Ja? Fahr einfach weiter. Ja, ja, ich fahre ja schon. Ich fahre ja bei... Nicht so lange überlegen, das wird genug. Ich darf ja nicht so im Hauptbahnhof. Du darfst nicht, genau. Huh, huh, die nehmen wir da mit. Das war noch Punkt. Alles gut. Ja, ich schätze nicht. das war ja die das war ja die einstellung von steven die wir ja hier drin haben ich habe ja an der auch nichts mehr verändert ich muss auch sagen dass ich bis jetzt bis dato klar es läuft halt nicht so mit 60 fps oder so was ja das muss man mal hier immer noch abstriche machen aber es läuft tausendmal besser als noch wo ich meine eigene einstellung hatte ja aber dadurch ist bei mir halt unscharf also dass ich hier manche textur nicht lesen kann wer war schön wenn da mal irgendwann mal so ein fetter performance patch kommt ein richtig fetter performance ja 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 ist schon einiges auf der wunschliste einiges und ich möchte gerne so dabei können wir ja hier über drüber fliegen über düsseldorf da können wir uns mal ganz genau angucken mit den neuen flight simulatoren ist ja super realistisch dementsprechend wenn jetzt irgendeine kacke aussieht dann wissen wir das sofort anhand von dem neuen flight simulatoren wir werden definitiv in düsseldorf landen definitiv und natürlich also frankfurt ist natürlich wichtig ja das ist ja münchen naja tegelbär oder sowas also tegelbär wäre doch cool wenn man es mitnehmen könnte ja aber schön ist jetzt schon so weißt du das das ist jetzt ja genau wie er von vola wo ja von düsseldorf großartig naja natürlich ja ohne was alles kommt mir gar nicht in die tüte nee aber wie gesagt der kommt jetzt freuen wir uns sehr drauf wird auch noch mal unser kanal noch mal deutlich erweitern mit einem neuen projekt zumal hat auch multiplayer dabei ist und zusammenfliegen denke mal das wird eine richtig klasse sache das hat schon bei explain super viel spaß gemacht mit dennis klar muss man immer dazu sagen fliegen ist jetzt nicht jetzt der nahverkehr die man jetzt so kennt halt ja aber man darf nicht vergessen irgendwann soll es ja auch mal im lotus möglich sein dass man fliegen kann das ist das gebäude hier an der seite neu das gebäude hier an der seite irgendwie neu das sieht so ausmodelliert aus das kann sein nie drauf geachtet wie ist wenn du hinter der brücke da runterkommst mit der kuppel die kuppel war schon immer da gewesen aber das gebäude sah halt anders aus kann sein ja hier an der haltestelle kannst du eigentlich länger halten da machen wir hier sind ein anschluss treffen der hälfte stelle vor privaten so türen auf mit mal ich so nachher mal wieder hier diesen schönen back drin und dann wartete ja jetzt kriegt man hier ein perfektes bild hin so dass wir den multiplayer die kai fahrzeuge drin haben und siehst du den sand von mir eigentlich auch nö doch 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 ich sehe sand so das ist doch schon mal ein ganz cooles bildchen es gibt eigentlich auch so ein ganz tolles feeling mit dem sand ja es ist schon toll also kannst du mir sagen was du willst also er kommt zwar nicht an qualitäten ran wie der flight simulator oder train sim world ja also der zweier aber auch lotus ist verdammt hübsch gerade wenn du bestimmte so licht settings drin hast sieht lotus schon extrem nice aus deswegen fahren wir meistens auch in der regel immer bei sonnenuntergang weil das ist das beste licht was du in lotus haben kannst gut ist immer noch ein bisschen entfernt vom sonnenuntergang aber naja aber es wird schon so leicht orange so weißt du so ja bleibt kein hobby weiß ich nicht wie lange ein hobby ich noch brauche mit was bis du hier bist ja vor allem auf das soll ich ja nicht fahren da steh ich du hättest doch in der wendeschleife wenden können da ja kommt der jetzt nicht mehr oder was wirklich moment wo bist denn du jetzt äh in in der zeit können wir uns mal das gebäude angucken ja ah ne in der rheinbarnhaus naja und da hast du noch eine wendeschleife oder da hab ich noch ja ja ne ne aber das gebäude stand schon die ganze zeit da aber ich hab das nie so betrachtet war nein nein aber auch immer schön zu sehen dass auch immer den 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 experten immer noch fehler passieren ja so schön noch polygon fehler hier drin ja dass es nicht immer nur an uns modder liegt oder sowas die hier blöde bauen sondern das ist auch äh den leuten passiert ja oder hier zum beispiel ne die treppe fängt irgendwo in der mitte an da unten ist einfach hohl kannst du durchfahren unter der treppe ne ne welche treppe meinst du jetzt? an dem gebäude mit der kuppel oben zur brücke rauf oder? ja genau hast du da rechts dieses gebäude hier ne mit der kuppel ich weiß nicht was das ist das scheint irgendein museum zu sein oder so achso ja jetzt sehe ich das auch und wenn du da jetzt auf die hinterseite gehst so hinter dem gebäude ne da hast du die treppe oben und da unter ist einfach alles leer mhm ja naja das liegt daran was man halt in lotus unbedingt noch bräuchte ist dass man halt auch die gebäude äh verneigend herkippen könnte ne ja 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 auch wieder polygon fehler hier drin ne das ist immer schön dass sowas halt auch äh den großen passiert und nicht immer nur uns die hier halt ein bisschen freeware map basteln oder sowas hier auch wieder ne obwohl hier sieht es ein bisschen komisch aus mit den ganzen texturen hier allgemein achso das ist ne rampe ah ich verstehe ok 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 dann wollen wir da weiter fahren wenn der hobby nicht kommt ja ja kann man machen wollen die voll gar nicht um die grenze und die länge ziehen die ziehen ja aber ab hier war ja da kommst du mit der stramm echt schlecht hinterher ja komm mhm bremst du oder fährst du? ja ich wollte bremsen aber hab ich dann fährst du mit den schlösen doch noch übersetzt was ist denn hier auf der linken Seite? da war da nie ne kahle stelle gewesen oder? doch ich glaub schon oh ich hab nen Hänger oh 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 jetzt bist du über F0 gefangen ja das war der Hänger ja aber ja aber ja ja aber ja aber ja aber mir fällt halt voll oft dass ich mir die karte nie so hundertprozentig angeguckt habe ja wir sind zwar immer gefahren 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 aber so wirklich so karten angucken oder sowas war nie so richtig äh was denn? was denn äh aus irgendeinem Grund will er bei mir die Türfreigabe nicht rein machen kann ich nicht zu sagen warte mal dit 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 so entweder hab ich jetzt irgendeinen Back gefunden oder oh hier stotte ich das aber auch schön ja oder ich hab irgendwas anderes falsch gemacht ganz normaler berufsverkehrtes Hilder ganz normaler berufsverkehrtes Hilder hm hm gar nichts Tür geht nicht mehr auf äh kaput es gab da wohl jetzt ja auch ähm es gab da wieder ähm auch Updates mit Überbrückungstools und alles was also mit diesem Überbrückungsmenü und hast du nicht gesehen jetzt hier irgendwie eine Seite die jetzt noch funktionieren sollen Türschleife und alles so bla 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 ah und was keine Ahnung ok äh einfach früher 50.000 mal auf den Tastseil drücken und dann hat's geklappt so aber warte mal jetzt ruhig ja toll das hat schon gerade die Hasen weg na toll ich schaffe jetzt nicht mehr ja so ist es Leute ja doch ich schaffe sie noch weil du musst wahrscheinlich dann eine Phase warten oh ja ich bin schon gewohnt tut mir leid das war jetzt durch die Tür schieb's immer auf die arme Tür weißt du ist immer nur der der da dran sitzt schuld oh hier ist wirklich riesen Stau ja ja da ist da ist ein mega Stau ja ja die wollen hier alle links abbiegen hier und da staut sich das natürlich in extrem hier ja also da müsste auf jeden Fall nochmal ein bisschen wahrscheinlich das verbessert wäre angepasst werden aber man muss ja auch mal fairerweise dazu sagen es ist halt auch nur die simple KI die aktuell nur verfügbar ist ja ich kann nicht weiterfahren fahr durch fahr durch nein das machen wir nicht nein dann nehmen wir lieber 20 Stunden auf bis er irgendwann mal weg spawnt kann man denn die Fahrzeuge kann man die Fahrzeuge wie im Singleplayer auch hier weg weggixen so? nein oh bist du blöd das gibt's doch nicht du siehst ich stehe hier hab fünfmal geklingelt wieso fährst du meine Spur zu? oh so ein Honk Alter echt spricht schon wie ein echter Düsseldorfer naja das ist die Blödheit dass die schon echt wehtun oh jetzt kommt auch der Kollege ja ja hier ist natürlich ein bisschen heftig hier ne das ist der meist heftigste Punkt hier der von der Performance zieht ach fahr doch durch nein Augen zu und durch wir machen das denn realistisch ja genau das ging ja eben voran hab ich zumindest gehört warum steh ich denn überhaupt hier ja weil die ach so haha die wollen hier links abbiegen aber komm nicht rum weil die andere Spur schon komplett belegt ist och und deswegen stehen die hier ach die Scheiße deswegen sag ich ja das ist halt äh guck mal warte mal jetzt ja ja die haben jetzt aber da guck mal die eine Seite lässt die nicht durch das ist mir zu blöd hier weißt du ich will gerade losfahren mit der nächste Meilen Spur Fahr du fasst da eh nicht durch nimm den jetzt mit nein fährt nicht durch Autos durch ich fahr gleich durch dich durch tja ja wenn du jetzt nicht rumfahrst vielleicht ja dann haben wir beide ein persönliches Problem oder Screenshot ja mach mal hast genug Zeit und Hobby fährt voll mich rein geil und nimmt auch nach Fasis mit super und du beschwerst dich über andere so solltest du es einfach machen jetzt ich ziehe daher ich ziehe daher ich ziehe daher ja obi fahr doch weiter weißt du nein komm zieh 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 ja ich bin schon hin fahr schon gib Gas zieh aber das war eh die Schnauze gewesen die haben wir mitgenommen ja komm dann musst du dich halt mal neuen Lack kaufen war eh bloß ein Manta ja du bist ein Opel Hobby du bist glaube ich falsch gefahren Hobby du hast Weltrenkord gemacht und du bist das zweite Mal falsch gefahren du darfst nicht zum Hauptbahnhof ja ich möchte mich auch überbinden ja jetzt kannst du es wieder zurückziehen ach Hobby aber dein zweiter Führerstand müsste ja noch warm sein ne ja ja sehr geehrte Fahrgäste aufgrund von mehreren Verzögerungen im Betriebsablauf wird dieser Zug heute ca. 20 Minuten später eintreffen wir bitten dies zu entschuldigen vielen Dank ja ja haha aber ich kann jetzt nicht die Stelle vorziehen weil ich muss noch wegen Hobby warten ne ich hab schon umgesetzt für mich schnell ja ja also ihr seht ne nobody is perfect auch hier gibt es immer noch so ein paar KI Problemchen hast du geguckt dass die weite gestellt ist? ja ja wer meinst jetzt? Hobby Hobby Perfekt was macht er denn unser Spezi wieder? ja soo bitte los fahren soll er vorbeifahren? ja ja komm dabei geil ja du musst die weiche Stelle fahren ne da immer diese fahr anfänger hier müsste hobby hier darf doch wohl nicht wahr sein weißt du fahrschüler hier fällt es mal komplett falsch hier schande ein deutlich zweideutig würde ich sagen ja 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 kurz werden die folge nicht mehr zur zeit ein zweirichtungsfahrzeug ja mr hobby genau stadtbahner straßenbahner aber ich müsste es doch eigentlich noch eine haltelinie geben oder oder ist das signal einfach an der falschen stelle weil ich stehe jetzt eigentlich voll jetzt bei dem kollegen erzähl auf den gegengleis so ist jetzt keiner mehr entgegenkommen könnte das weißt du eigentlich normalerweise als stadtbahnfahrer das ist eigentlich dort nicht stehen sollst also das lernste in der ausbildung dass du nach möglichkeit fremde gar nicht für strich ja ja jaokee wie ist da habt ihr wieder was gelernt von unserem lehrer fasos hier sind straßenbahner ja, an der Straße wann wäre na komm die Fußgängerambel kenne ich nicht mit dem gelben Strich in der Mitte das ist typisch Düsseldorf, das gibt es nur in Düsseldorf mit diesem gelben Strich also grün, gelber Strich, rot ist in Düsseldorf und andersrum auch ja, faszinierend dass sie sowas eingeführt haben ja, aber so, guck mal, jetzt geht die Sonne halt schon unter, ne? das sieht schon echt schick aus ja, das ist schon schick ich glaube, bei der nächsten Fahrt bräuchst du dann die Sonnenblende rausgespielen was möchte ich? wenn du jetzt raus in Dürer gefahren würdest, dann bräuchst du dann die Sonnenblende naja ne, also die Sonnenblende ich würde das so gerne halt mal im VR spielen wollen, aber das ist hier echt nicht möglich hier in Düsseldorf das ist die Performance halt einfach ich hab's getestet halt mal für mich alleine, um einfach mal zu gucken ja, wie sieht's halt aus also Fahrzeuge technisch, muss ich wirklich sagen erst rein, auch mit VR-Brille richtig, richtig großartig aber du kannst auf der Strecke halt nicht fahren, ne? das ist halt aber du kannst auf der Strecke halt nicht fahren, ne? das ist halt hopp on weiter die KI na, erstmal halte ich noch, äh, eine halbe Stelle vor dem hopp an ach so die KI merkt man, dass da gar nicht so wenig aus das war noch nicht eingekoppelt ach, wenn das dann halt wirklich dann halt alles so funktioniert wie in Omsi, wenn die Fahrgäste aussteigen wollen und der Taster dann leuchtet und alles was ja, das wird toll also ich hoffe ja unter Fahrgäste Interaktion, dass man auch Fahrgäste kontrollieren kann, ne? nach dem Fahrschein ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist so ein Spiel, also das können wir meines Erachtens wirklich zum Schluss reinhauen ja, aber ich wollte es mir trotzdem das ganz nette Gimmick am Ende wünschen jeder Zug hält nur bei Bedarf an Nächster Halt Düsseldorf Hauptbahnhof diese Zugfahrt endet hier bitte alle aussteigen in Karlsruhe Stadtbahn kommt immer dieser Zug hält nur bei Bedarf an da muss sogar bei Wagenhäck bei Heiligstelle Wunsch dann zieht da er will aufstehen guck nur bei Überlandstrecken immer die Anzahl ja, Leute aber das ist wie gesagt das neue Update jetzt hier aus Düsseldorf ja, welches wie gesagt 1,2 Gigabyte schwer war haufenweise Backfixes waren drinne KI Fahrzeuge sind mit enthalten also jetzt auch im Multiplayer und ja, scheinbar neue interessante Gebäude die mir vorher scheinbar nie aufgefallen sind interessant, interessant aber natürlich hier auch ein paar kleinere Fehler mit der KI und alles was ne, haut noch nicht so ganz hin jetzt weiß man nicht was jetzt so die perfekte Zahl gewesen wäre was man jetzt hier einstellen muss um halt mit KI fahren zu können und alles sowas ähm man kann es ja vor Abwehr einstellen wie viele KI Fahrzeuge unterwegs sind und so weiter und so fort aber sonst funktioniert das ganze ohne Probleme und ihr seht ja auch ne also das belebt das Stadtbild halt ungemein ja also wenn du halt wirklich ne absolut leere Karte hast es macht einfach keinen Spaß mehr halt darauf zu fahren bin ich der Meinung also es ist halt schon mal was anderes wenn sich halt irgendwas bewegt wie gesagt jetzt noch Menschen Fahrpläne und so weiter und wir kommen langsam zu dem Stadion wo wir sagen können Lotus ist fast fertig ja, aber da müssen wir uns halt ein wenig gedulden aber so ganz ohne ist dann halt doch irgendwie echt zu langweilig und was natürlich auch cool wäre es gibt so viele Karten im Winter also jetzt hier im Workshop Leute nutzt doch die Chance und macht eure Karte multiplayer fähig haut da doch die KI Fahrzeuge rein und das glaubt das wird nochmal ein richtiger oder boom und ihr bekommt vielleicht auch nochmal die Lust vielleicht nochmal an der Karte weiter zu bauen stell dir doch mal jetzt Joes Karte vor Alter die, 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 die Linie 68 das wär geil schöner Multiplayer mit KI Fahrzeugen Joe, weißt du Bescheid, ne? aber fängt der aber nur an und bringt dich zu Ende was ich hier gerade muss was ich hier gerade muss nein aber wie gesagt stimmt doch mal alle ab dass Joes Karte seine Linie 68 mal wieder auf Vorderbahn bringt weil der kann grad eh nicht, ne? der ist ja grad übelst beschäftigt grad mit seinem der muss denn am besten du machst ne Online Petition die Verlängerung der Linie 68 und ja was ist denn zum Beispiel mit der Linie 67 die ja hier existiert warum wurde die denn jetzt nicht im Multiplayer Talk nicht gemacht? das sind aber so Sachen so finde ich extremst schade ja wenn man doch die Möglichkeit hat dass man das da jetzt so machen kann dann kann man es doch auch nutzen also wär für mich auf jeden Fall schön zu sehen wenn das mal gehen würde ne? wenn da vielleicht die eine oder andere Karte und so lange müssen wir uns halt mit dem jetzt begnügen ja was wir haben und dementsprechend ja war es das von der heutigen Folge hier aus Düsseldorf aus dem neuen Update ich hoffe euch hat die Folge gefallen wenn ihr mehr sehen wollt unbedingt den Kanal abonnieren gerne ein Like da lassen oder schreibt es auch gerne in die Kommentare würden wir uns sehr drüber freuen wir verabschieden uns bedanken uns dass ihr dabei wart und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss